Die Flanke ist gefährlich, die Flanke, Wried ist da, Wried macht ihn rein. 1-0 Bayern, sechste Minute. Welz Müller beim Eckstoß. Der erste Eckstoß für die Bayern und Wried macht das Tor. 6-10 durchgesetzt bei Jakob und da ist der Ausgleich für die... Schnell ausgeführt, der Ball ist bei Wried, der Ball ist im Tor. 1-0 für die Bayern. Am vierten Spieltag... ...lässt die Bayern... ...haben sich die Bayern auch verdient hier im zweiten Durchgang, geben sie ganz klar den Ton an, geben sich nicht auf und jetzt soll es natürlich ganz, ganz schnell gehen. Im Antrieb... 2-0 Bayern, wieder wird es gefährlich, singen, wieder Fritz und da ist er schon drin! Otschi, Fritz! Welz Müller. Fritz, kein Abseits, Fritz, das ist ja der Wahnsinn! Immer noch weiter, wie wir das sehen, Scherber immer noch am Boden liegt. Und das Tor für die Bayern! Und das macht er, die Bayern-Führer im Termin! Wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, Bayern tenden zu kämpfen, um in den letzten 10 Minuten zu kommen. Die Spieltag, obwohl Fritz hier sieht, um zu Ende zu Ende zu haben, und er hat es geschafft! Jetzt auch diesen Elfmeter ausführen wird. Die Chance zur Führung. 28. Minute, Fritz gegen Kolke. Reinermed, 1-0 Bayern. Müssen jetzt aufpassen, auf Otschi, Ried, guter Pass von Jörg und dann steht 1-0 für die Bayern. Tracing in defense and midfield. Allowing Kaiserslautern to cut through them far too easily. Although that's a lovely ball. Mit gutem Fußball und Erfolge, wie zum Beispiel hier über Wried und Zabri Singh. Dass die jetzt da irgendwie körperlich nicht auf der Höhe wären. Wried ist jetzt aber auf der Höhe und jetzt steht 1-0. Mal, dass die Bayern auf dem Feld stehend es zum Wechsel schaffen. Gute Aktion! Inside, he's taking on the entire defense here and he's got the pace to beat them as well. Zergze is up there with him, if he can find him, he does! Zergze can do here as Bayern go straight on the attack with their top score of Ried. He gets to the byline. Letzten Moment geblockt von Rheintal, eh? Die Bayern kommen jetzt wieder hier zur Riesenchance, da ist Timo Kerr. Kühn durch drei Mann durch, Fried, Doppelpass, Nikolaus Kühn. Oh, Otschi Ried. Kickt ihn noch rein, in den Fall. Fried, kein Upside. Fried, kein ups für dieaka squeeze in einen Zurück. 誰 so